Einige Dinge ändern sich, einige bleiben aber im Laufe der Zeit immer gleich. Und das ist unsere Positionierung. Er hat sich seit 30 Jahren nicht verändert. Was tun wir? Wir helfen Ihnen, wir helfen unseren Kunden, ihren Gewinn nachhaltig zu steigern. Und zwar nicht durch Cost-Cutting, sondern durch Wachstum. Noch konkreter, durch Umsatzwachstum. Und neudeutsch nennen wir das Top-Line-Power. Das inkludiert natürlich Pricing, wo wir als klarer Weltmarktführer gelten, aber genauso auch die anderen Instrumente, die untrennbar damit verbunden sind, wie zum Beispiel Vertrieb, Marketing und Strategie. Das tun wir in einzelnen Projekten, aber sehr oft mittlerweile helfen wir auch Unternehmen, sich ganzheitlich auszurichten auf Wachstum, auf Commercial Excellence, auf Sales Excellence etc. Das Stichwort ist hier Transformation. Und natürlich spielt auch bei uns das Buzzword der letzten zwei Jahre eine große Rolle, Digitalisierung. Die Digitalisierung verändert Pricing, Vertrieb, die ganzen Angebotslandschaften, bis hin zu Geschäftsmodellen in rasender Geschwindigkeit. Und wir unterstützen unsere Kunden dabei, in diesem Digitalisierungswahn, so möchte ich es mal nennen, die Orientierung zu behalten. Wir helfen dabei, Entscheidungen zu fällen, was soll man tun, aber manchmal ist es auch viel wichtiger noch, was soll man nicht tun. Und unser Digital Solutions Team bietet pragmatische Lösungen von Hightech, Big Data, Analysecockpits bis hin zu eigenen Software-Tools, die mittlerweile bei uns in der Simon-Kucher-Cloud liegen. Digitalisierung als Stichwort. Und die Prinzipien der Hidden Champions sind, konzentriere dich auf einem bestimmten Markt, auf bestimmte Inhalte und tu das weltweit. Ganz so weit sind wir noch nicht, wir versuchen aber diesem Prinzip zu folgen. Und wir sind mittlerweile in 34 Büros und in 23 Ländern. Vielen Dank.